Wie halte ich im Unternehmen einen Vortrag oder eine Präsentation? Dies ist oft die Fragestellung, mit der gerade in Einzeltrainings die Lernenden auf uns zukommen oder auch in Kursen üben wir dies immer wieder, damit die Schüler versierter werden und auch sich sicherer fühlen in der deutschen Sprache, vor allem dann auch vor Kollegen oder vor Publikum zu sprechen. Oft beginnt dies bereits mit der Einleitung. Ein schönes Beispiel, was manche Topmanager selbst heute immer wieder noch verwenden, ist der Einführungssatz, schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Dann frage ich mich immer, wer ist denn so zahlreich erschienen? Ich nicht und deshalb grammatikalisch falsch. Ich finde es viel besser, wenn man sagt, schön, dass sie da sind. Und dann geht es auch schon über zum eigentlichen Thema, das man vorstellen, präsentieren möchte. Und hier braucht es einen tollen Aufmacher, eine inspirierende Aussage, vielleicht auch eine provokante Frage an das Publikum, damit derjenige die volle Aufmerksamkeit der Zuhörer bekommt. An diesem Aufmacher kann man gezielt arbeiten. Und wenn der Lernende dann weiß, hey, ich habe schon einen tollen Aufmacher, dann geht der zweite Schritt wesentlich besser und er fühlt sich auch sicherer. Ja, und bei den Inhalten, bei den Kernaussagen ist es wichtig, gerade wenn man eine Präsentation hält, dass diese einzelnen Sätze nicht länger sind als 120 Zeichen, damit sie eben auch für das Publikum interessant sind und auch twitterfähig sind, sodass ein Gast, der den Vortrag oder die Präsentation hört und sie interessant findet, direkt mit einem Hashtag versendet auf Twitter einstellen kann. Ja, die Hauptaussagen, hier gilt es, eher kurze Sätze, prägnante Sätze, die eine Aussage haben, die aktiv rüberkommen, anstelle von relativ oder den deutschen Schachtelsätzen zu verwenden. Auch das üben wir mit den Schülern und für manche stellt sich dann immer die Herausforderung, wie finde ich tolle Übergänge, wie mache ich meinen Vortrag interessant, damit ich nicht immer mit ich oder wir oder unser Unternehmen, unsere Firma starten muss, sondern damit ich möglichst fließende Übergänge und auch viel Abwechslung habe. Das lässt sich auch wunderbar im Vorfeld üben. Ein weiterer Tipp ist, was viele immer ein bisschen unterschätzen, denn viele konzentrieren sich im Vortrag, in der Präsentation zu sehr auf die Substantive, auf die Nomen und dagegen kommt es viel aktiver beim Zuhörer an, wenn man mehr die Verben konzentriert. Ein Beispiel, am Ende meines Vortrages möchte ich festhalten, dass ich möchte gerne an sie appellieren, Komma und dann geht es weiter. Und in dem Moment kommen Worte, Verben, wie festhalten oder appellieren, kommen viel aktiver beim Zuhörer an und der Zuhörer weiß, dass jetzt eine Action erfolgt. Dann kommen wir auch schon zum Schluss des Vortrages oder der Präsentation. Hier empfiehlt es sich, genauso wie zu Beginn etwas Inspirierendes, etwas Interessantes zu sagen, vielleicht noch ein-, zweimal die Kernaussagen zu wiederholen, zu platzieren, denn wenn die Kernaussagen öfter wiederholt werden, bleiben sie besser beim Publikum haften. Ja, deshalb können Sie auch gerne Ihren Vortrag mit einer provokanten Frage, einem Ausblick, enden und der Applaus ist Ihnen gewiss. Gerade Vorträge, kleine Reden, Präsentationen sind wunderbare Themen, die man in Einzeltrainings hervorragend üben kann. Aber es geht auch sehr gut in kleinen Gruppenkursen, denn dort können die Teilnehmer dann auch Fragen stellen, Verbesserungsvorschläge machen, Verständnisfragen stellen. Auch dies ist eine wunderbare Gelegenheit zu üben. Ja. Untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank.